So, jetzt geht's weiter. Wir sind hier immer noch in dem Schacht. Wir wollten ja hier ins Hochhaus gehen. Können wir mal kurz schauen. Jagd auf den Hacker. Genau. Dieser Barrett hat uns ja Infos gegeben, dass wir Informationen kriegen. In diesem Hochhaus, aber das ist abgeregelt von der Polizei, bis wir dünnig und deshalb müssen wir jetzt sneaky da rein. Was ist das? Hier ist nichts. Geh weg. Nicht, wenn hier jemand ist. Kommen Sie raus. Du spinnst doch schon. So, müssen wir ein bisschen aufpassen hier, ist klar. Die beiden sind natürlich ein bisschen angespannt. Angespannte Gesamtsituation, möchte ich fast behaupten. Und da vorne müssen wir rein. Müssen wir mal kurz abwarten. Der Holländer ist nicht blöd. Wir waren zwar in seinem Panikraum, aber die Computer kommen in den Schacht. Okay, geschafft. Gut. Können wir den Aufzug hier benutzen? Ich hoffe, ihr seht mich nicht. Nö. Gut. Dann müssen wir jetzt in das Versteck des Holländers. Das haben wir ja schon mal geklärt. Holländer sind überall. Leider auch hier. Und das ist ein Hacker, der irgendwas mit den Angriffen zu tun hatte. Und jetzt werden wir mal schauen, was der für Infos hat. Na ja, erst mal gucken hier. Ob wir nicht ein paar Soldatchen sind. Hier wahrscheinlich. Hopp. Hm. Ist hier keiner drin? Stolenmonie. Okay. Hier noch was? Hm. Nö. Gut. Was ist das für ein Raum? Für ein Zimmer. Macht keinen Sinn. Wer stellt sein Bett so mitten in den Raum? Mal im Ernst jetzt. Wie schaut das denn aus? Kein Bild. Nichts. Völlig. Ach Gott. Voll verunarm. Ach, hier ist gerade jemand eingezogen. Kann das sein? Ja gut. Dann ist das zu entschuldigen. Wo sind die Cornflakes? Auch keine da. Tassen ungespült hier rumstehen lassen. Naja, wir gehen weiter. Bevor ich hier noch eine Krise kriege. Obwohl, ich bin ja selber nicht der größte Offroad-Fan. Aber das hat er jetzt nicht gehört. So, da vorne stehen zwei Leute. Weiß nicht. Vielleicht mögen die sich ein bisschen. Yes, Sir. Bleibt ihr da jetzt stehen oder was soll das? Nein, ihr bewegt euch. Gut. Wenn zusammen ausschalten kann ich euch nicht. Noch nicht? Jetzt guckt er euch an oder was? Beweg dich. Oh Mann. Langsam wäre ja ein bisschen wild hier. Was macht er jetzt noch da? Du wirst ja wohl da stehen bleiben, oder? Ja. Kann ich den hier nämlich schon mal ausschalten? Zack. Zack. Zack, bumm. Schleif mal den hier mit. Den tue ich mal da hinten ins Zimmer rein. Jo, komm doch mit. Feingassi, ne? Feiner. Bist doch ein Feiner. Ja, komm. Du bist doch ein bisschen müde, ne? Bestimmt. Aber anstrengender Tag. Leg dich mal ein bisschen hier hin. Komm mal mit hier. Was ist hier los? Jo, das reicht ja schon. Ne? Alles klar. So, der macht higher. Können wir uns jetzt um den anderen kümmern. Eventuell nehmen wir noch die Waffe mit. Sieht doch aus, wenn die hier rumliegt. Und jetzt kommt der Typ da noch. Hi. Ja. Alles klar. Den ist die Tür. Ne, die geht nicht auf, die Tür. Schade. Den müssen wir jetzt eigentlich auch wieder darüber schleppen. Ich habe jetzt aber keinen Bock, da nochmal hin zu rennen. Da ist doch noch eine Tür. Die ist doch viel näher. Da müssen wir nämlich rein. Und hier kann man noch was verstecken. Zum Beispiel einen Menschen. Ja, du machst gerne die Beine breit, ne? Ja. Alles klar. Tür zu. Der ist auch versteckt. Knarre nehmen wir noch mit. Dann können wir jetzt hier rein. Das eigentliche Ziel. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil hier sind einige Soldaten. Du wirst ja jetzt wohl nicht hier durchlatschen, oder? Mal gucken, ne? Hallo. Was machst du da? Die Inset-Nudeln angucken, oder was? Beweg deinen Arsch. Ich muss hier weg. Zack. Gut. Geschafft. Hier muss ich mal kurz speichern. Weil das könnte nämlich gleich zum Massaker werden hier. Oh, jetzt sind richtig viele Viren. Moment. Ach, ich wollte doch noch den Viner mitbringen. Boom. Genau. So. Jetzt kommen wir an den Rechner. So. Wir haben kein Passwort. Müssen wir hacken. Ja. Sehr easy, ne? Zack. Gehen wir da einfach rüber. Ja. Schon beim ersten Entdeckt. Kein Problem. Wir haben Zeit. Oh, kein Problem. Zugriff gewehrt. Und die Infos. Hm. Sie wurde automatisch archiviert. Bist du da? Rangehen, rangehen. So eine Überraschung. Keine Ahnung. Zum Blaulang. Dann kommen wir mal. Ja. Okay. Irgendwie mit einem Typen gesprochen, der... Ne, Windmill sind wir. Anscheinend. Hivemaster, genau. Hivemaster. Scheiße, was soll das Windmill? Hab durch... Quatsch, durch Lady nie so wütend gesehen. Aha. Nur für Hype-Diapes. Okay. Da steht nicht viel drin. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malek. Der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name, Ari van Bruggen. Belltower soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub. The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Gut. Mach das. Ja. Hier können wir wieder rauslatschen. Wenn wir unentdeckt hier durchkommen, ja, ich bin ein Pro. Alles klar. Gut, hier haben wir schon alles erledigt. Da kommt auch nichts mehr. Dann können wir den Aufzug da wieder nehmen. Und dann gehen wir ins Hype. Hype ist ein Nachtclub, wie wir schon gehört haben. Mal ein bisschen Party machen. Keine schlechte Idee, oder? Ich mag die Gegend hier so ehrlich. Jensen, ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si-Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Tong Si-Hung. Das ist ein Phänomen. Wir können keinen Chinesen nicht auseinanderhalten, oder? Wir sehen für uns alle gleich aus. Das Problem ist, sobald ich das mitgekriegt habe, sehen wir für Chinesen auch alle gleich aus. Alle Europäer. Nicht nur Deutsche, sondern alle Europäer. Wir sehen doch nicht aus... Ein Deutscher sieht doch nicht aus wie ein Russe, oder? Mal im Ernst. Oder wie ein Kohle zum Beispiel. Deutsche haben mehr so die runden Köpfe, und Russen haben mehr so eckige Köpfe. In Polen, die haben so platte Gesichter. Also nicht platt. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier seht ihr. Und Chinesen sehen alle gleich aus. Aber ich wollte jetzt nicht damit andeuten, und dass ich was gegen Chinesen habe. Oder Asiaten im Allgemeinen. Ich finde sie gut. Like. I like. Vor allen Dingen Yum-Yum-Suppen. Kommen die aus China? Diese Fertigsuppen. Die so tun, als wären sie chinesisch. Ich mag die. So viel Chemie habe ich noch nie in meinen Körper gepumpt. Aber egal. So, wir gehen ins Hive. Müssen wir hier lang. Ah, hier ist das. Ne, das sieht man schon Hive-mäßig aus. Ne, das ist es nicht. Ah, hier sind wieder die kleinen Läden. Das finde ich so geil. Das hier so detailliert ist auch alles. So kleine Sachen. So mit Liebe gemacht. Finde ich schön. Können auch Moped fahren. Aber wir haben keinen Schlüssel. Schade. Hier waren wir schon überall drin. Da können wir nicht rein. So, wir kommen näher. Was verkaufst du denn hier so? Was mag das sein? Schokoriegel oder irgendwas? Zigaretten auf jeden Fall. Ja, kippen. Kippen. Ich lasse mich so sehr ablenken von dem ganzen Mist hier. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Das ist ja schön. Also müssen wir doch diese Seitengasse da. Wo war die? Hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Sorry. Ah, hier so. Genau, hier. Können wir aber auch nicht. Hä? Weil wir hier rechnen müssten. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Russen hat X. Hm. Hm, hm. Das Ziel ist 61 Meter vor uns. Ah, vielleicht über Stuck. Aber wir müssen da rüber. Ich hecke mich mal hier rein. Komm. Zack. Eck. Das Ziel ist ja am einfachsten. Glaube ich. Geht da schnell. Ah, passt auch von der Zeit. Wunderbar. Zugriff gewährt. Können wir hier rein latschen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier richtig sind. Kein Plan. Ah, offensichtlich. Wir bahnen uns schon den Weg irgendwie. Ah. Ich habe mal einen Schluck getrunken. Multivitamin-Saft. Ist bestimmt auch Pferdefleisch drin, aber... Ist jetzt völlig sinnlos, aber... Wollt's mal loswerden. Wollt mal auf allgemeine Themen zu sprechen gekommen. Hier ist das Hive. Autos gezeichnet. Hört schon sitzen, Musik. Ist der Türsteher? Hallo, Türsteher! Das Hive ist nur für Mitglieder, Laowai. Ohne Mitgliedskarte kommst du hier nicht rein. Soll das heißen, ich muss bezahlen, um reinzukommen? Wir haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann doch nicht jeden reinlassen. Es sei denn, er hat das nötige Geld. Kein Geld, kein Spaß. Willst du jetzt rein oder nicht? 1000 Credits, Halsabschneider. Ablehnen. Vielleicht ein andern Mal. Okay, deine Sache. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Habe ich. Geh nicht in euren Dreck suchen. Ich kenne nämlich eine andere Methode hier reinzukommen. Nicht besonders legal, aber mein Gott. Wer ist in seiner Jugend nicht schon mal in den Nachtclub eingebrochen? Also ich schon. Haut. So, wir können die Kiste hier ein bisschen verschieben. Hopp, hopp. Komm mal hier rein. Aufhüppen. Reinatschen. Fertig. So läuft das. Wenn ihr kein Geld für den Eintritt habt, ne? Einfach mal einen Lüftungsschacht suchen. Und drin seiten. Dann wird das Ganze doch ein billiger Abend. Könnte sein, oder? Ja, ich glaube, das hier sind Symbole für Kondome. Ja, ja. Naja. Was machst du hier? Oh, du hast aber schon übelst eingebichert, wa? Alter Vater. Kommst du klar, Junge? Alles cool? Ah, ne, du pennst auch schon. Ja. Das wird ein, äh, unschöner Abend für dich. Ist der Barkeeper. Mal gucken, was der zu sagen hat. Haben Sie einen Lieblingsdrink? Ja, Long Island Ice Tea bitte. Äh, Long Island Ice Tea, ja, sagt man das so. Ja, sag mal so.